Ui, was machen wir denn hier? Ei, ei, ei. Schick, schick. Wir haben drei Transaktionen aus Providens' Partner-Accounts gemacht. Alles aus dem Haven, eine kleine Kooperation aus dem Maldiven. Und was Haven machte? Für den Publikum, sie spezialisieren in Reputation Management für die Richen und Famüsten. Die reale Geld, aber, kommt aus der Covert Reconstruktion von Identitäten für die Kriminelle. Sie machte die Leute wegschrauben. Sie machen hier. Die Partner-Ausgaben benutzen Haven um neue Identitäten zu erzielen. Hey, Superman. Wie geht's dir, man? Olivia hat versucht, die Haven-Service zu hacken, aber die Haven-Ausgaben sind in der Zeit immer 10 Stunden reiztet. Das, in der Glück, machte sie die Anzeige. Morgen, Sie haben ein iGamer. Haven-Ireland ist ein wirklich, Tropical-Paradise. Oh, shit. 47, we'll be sending you in as a potential new client. We've put together a convincing cover story. You're Mr. Reba. A thief for hire, looking to disappear for a while. Your mission on the island is simple. You need to eliminate the three owners of Haven. Tyson Williams, founder and rumored tyrannical CEO of Haven. Lyudmila Vetrova, a former confidence artist hired by Williams to serve as a client recruiter and handler. And Stephen Bradley, technical wizard and the brains behind Haven's proprietary software platform. With the owners gone, Olivia will be able to penetrate the Haven servers long enough for her to secure the new partner identities. I've uploaded all the information we have on the island and the three targets. Best of luck, gentlemen. Hmm. I don't rely on luck. Well, a little wouldn't hurt. Schön, drei Leute. Ohne Speichern. First time. Kann nur gut werden. Wir sehen uns in drei Stunden. Oh, okay. Let's go. Ich muss aber noch kurz was zu trinken holen, Leute. Ich hab Durscht. The Haven Island staff is ready to receive you under your assumed identity as Tobias Reaper, a professional thief looking to retire from a life of crime. Ludmilla Vetrova can be found in the public sections of the island, primarily tending to client needs. Stephen Bradley alternates between looking after a strict training regimen and working on a small private island. while Tyson Williams roams his large villa estate at the back of the island. This is it, 47. Eliminating the three owners of Haven should buy Miss Hall the time needed to do a full penetration and retrieval of the Providence partner data. Best of luck, 47. Ah, good. Mr. Reaper! Welcome to Haven Island. There are even two cool lids. Ich weiß nicht, ob das mit dem Gift funktioniert. Ich glaube eher weniger, weil die Wache direkt daneben steht. Könnte ein bisschen tricky werden. Was? Wer noch nicht sehen will, hat sich noch eine Strecke in den Sicherheitskarten zu bekommen? Mein Auto ist auf der Reise hier. Haben Sie das? Wer hat Mr. Williams gebracht? Wer hat einen� über dem Schraub gemacht? Wer hat einen Schraub gemacht? Ich weiß, dass er was meinen Schraub ist. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Yes, Sir Pyrenees moin und Krischi Krüßi. Oh, hallo Oh, that's perfect. Just perfect. Mich wundert es, dass der hier keine Schlüsselkarte dabei hat, der Leibwächter. Das wundert mich am meisten. Für unten. Weil eigentlich hat er Access nach unten, aber irgendwie dann doch nicht. So, aber vorher machen wir den Kill auf dem anderen Dude. Gut. Also wir machen jetzt unten alles fertig. Oh Leute. Wir machen unten alles fertig. Und dann werden wir nach drüben gehen, auf die kleine Insel. Gucken, ob wir ihn irgendwie durch Glück oder zufall einen Drink andrehen können. Gucken. Nullo ist kaum. Open the gates. Okay. Okay, ich hab dir vor. Ich bin schon fertig, Ritur. Ja, ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder hier. Ich bin schon mal. Der Knochen. Das war bei uns. Oh, strange. Man, heard something weird. Voice, please, again? Yes, hello, please, the dropper doesn't leave your message. Ah, come on. Ah, man, I have to stop. Rekordzeit Gutes Tempo bis dato. Ich muss das nur hinten hinhauen mit dem anderen. Der Kill ist noch ein bisschen unsicher. Der Kill ist noch ein bisschen unsicher auf der kleinen Insel hinten. Was ist eigentlich zum Abend? Was meinst du zum Abend? Was meinst du zum Abend? Was? Wahrscheinlich nichts, würde ich sagen. Was ist das hier? Machete? Ja. Hm. 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 Ich weiß, der ist blind. Die Mission, ja. Die Mission spiel ich blind, die kenne ich noch nicht, nee. Die Mission spiel ich blind. Eigentlich müssen wir noch gucken, dass wir sein Guard irgendwie ein bisschen aufhalten, dass der nach, später kommt. Den müssen wir irgendwie ein bisschen verzögern. Aber vielleicht können wir, wenn er hochkommt, irgendwie eine Münze werfen oder so eine Scheiße. Nach da hinten irgendwie, in die Ecke, dass er sein Guard schickt. Und dann können wir ihm ganz gemütlich den Drink aufdrehen. Was macht der denn da jetzt? Mag er sie zu, komm ran hier. Das ist jetzt hier der Moment, ob wir es schaffen oder nicht, weil sonst müssen wir noch eine andere Killmöglichkeit suchen. Die Mission sind neu, Chris, in Hitman 2. Die sind neu in Hitman 2, die habe ich noch nicht gespielt. Die wurden nachgepatcht quasi. Okay, hier wir go. He's coming. Da ist ein Guard. Und so. Er macht hier noch ein Met-Rennen. Wie man ihn beim Bein stellen kann. du musst dich selbst besiegen okay here we go bitte 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 schick deinen eigenen guard los um zu suchen schick den guard los um zu suchen okay und dann gehe einfach selber weiter die weitergewinner yes 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 you should try this okay here we go nice oh thanks it's what i do and he dead just one more target to go so that's stephen bradley taken care of well done yeah 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 so jetzt keine scheiße machen bitte alles schön ab checken vorher hier ist auch alles cool keine weißen darts rein 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 das ist auch alles cool hier ist alles cool der dog der ist auch cool kameras sind aus telefon anrufen und treffen sie drüber schmeißen und raus die das ist die du das das du w w w wir haben schon echt schnell gespielt und sind bei 90 minuten speedrun miss betrober es tobias reaper i read your note excellent i reviewed your file prior to your arrival and i found it very intriguing i have an offer for you if you're interested you can find me over at the restaurant i'll keep it in mind wonderful i hope to see you there hey brato oh sie hat sogar noch ihren links an you mentioned an offer yes it's a little embarrassing but we've had an incident a theft the thief is in the way here a person working in mr williams villa at the other end of the island a usb drive containing some sensitive information personal information which i would rather not fall into the hands of others so my offer is this contain the usb drive from the thief without hurting anyone at the villa the thief is likely still there i can't get you outside so you'll have to use that particular skill set of force to gain access do that and i'll convince mr williams to give you a 50 discount on our service fee that's a million dollars for mr reaper the information must be valuable mostly to me it's very nice please call me as soon as you've recovered did there sex videos you were damaged? did there sex videos? okay here we go okay here we go miss vetrover i've acquired the item you wanted wonderful i knew you were the right man for the job i could feel it the moment i laid my eyes on you should we meet? yes absolutely come to the spa over by the pool area hey i'm heading in is everything in order as we discussed of course miss vetrover good i want the left room all to ourselves no screwing up with double bookings like yesterday with portland mr bradley bradley i'm still trying to sort out that mess yes yes miss vetrover again very sorry about that hmm ah mr reaper so good to see you again follow me please uh can i help you? you're kind of inside my personal space find me again find me again you leave us hi there oh i thought i really thought that they would suck now you are way too close to me and you're really freaking me out can you just leave me please you have the item with you? yes can i have it? yes here you are ah thank you so much mr reaper i can't tell you how much this means to me mr reaper i'm afraid things aren't quite as serene here as they may seem on the surface i'm slowly beginning to understand that's all we need to do from here miss wall should be able to extract the information needed from the haven servers good work 47 good work 47 lyd miller vetrover has been permanently retired i have been that nick gebrochen beim runterschmeißen all right wonderbox nice i have bee me see you next was gay is gay is ivory li Nicht schlecht, Herr Specht. GG's. Ja. Oh-oh. Oh-oh. Message from Olivia. Everything's going to plan. We know where the partners are. We have our targets. You're almost there, old friend. Feels... good, doesn't it? We should head out before the storm hits. Oh-oh. Hitman 3 confirmed. 47. To take them all down. Hitman 3 confirmed. 1-0-0-0-0. 1-0-0-0-0. 1-0-0-0. 5-1-0. 5-1-0. 6-1. 6-1. 1-0. 8-4. Untertitelung des ZDF, 2020